Hallo zusammen, wir sind hier vor dem Moli Malone. Wir betreiben hier momentan aussergewöhnliche Take-away über den Mittag. Wir haben hier alle Massnahmen, die wir ergriffen müssen, die der Bund uns aufgerlegt hat. Und das Ziel ist nicht hier, die Leute aus dem Haus zu holen, sondern wir sind hier für die, die noch am Abend geschaffen sind, dass sie über den Mittag etwas essen können.